so wer munition marco punkting sonst nichts okay fein fein die kann ich nicht im prinzip kann ich nur die türken okay das ist leicht beunruhigend genau wegen dem jetzt mach die tür auf es wäre wohl erträglicher da drin gewesen in diesem brückenraum wenn ich im prinzip sofort reagiert hätte wahrscheinlich aber dann mache ich das schon mal ist das materia also wenn es materia ist kann ich sie nicht nutzen das weiß ich aber so diejenige die am schießen ist die ist schon mal tot jetzt kommen nur noch die viecher die nahe an mich ran wollen die sollen wieder problemen gerade weil sie nah an mich heran wollen jedes mal aber auch wenn nicht dass wir jetzt getroffen hat meine behauptung bleibt trotzdem stehen das ist dann eigentlich egal jetzt muss ich wieder auf mp wechseln weil ich sonst gleich keine mission habe also einer tut der andere rennt da weiter rum ist natürlich sehr freudig kann ich den zweiten also richtig cool wieder snipen soll ich nur sein bein attack hier oder was millimeter doch das hat funktioniert und waren da drin jetzt nicht gerade sachen also sah so aus als wäre da eine datei drin was dann heißen würde ich müsste durchrennen während äh während das ding noch geöffnet ist oder sowas aber naja wer zu spät kommt dem bestraft das leben so nach dem motto super super hey i got through diva what you got through yo ho ho listen you still alive of course he is we're talking to him aren't we and do you really have to shout right next to my ear ha 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 sorry about that tipa i apologize vincent here is cloud vincent cloud it's been a while lange nicht gesehen also der den übersetzer würde ich mal gerne sehen lange nicht gesehen lange nicht mehr gehört wenn überhaupt von mir aus we lost contact about fifteen minutes ago i don't think we have to worry though those two should be fine yeah and what about you what do you think what do you think right you can count on us when i through there will be a single second day hm right and as for you don't worry leave deep ground to me huh can you hold on a second tifa got it vincent i'm sending you a map of the shinra building hurra endlich kann ich was sehen was jetzt prinzip hier nicht mehr viel bringen weil jetzt sind wir eh schon da aber wahrscheinlich kommt da noch mehr ha nix vater m bis zum kohlen hm ok lassen wir nicht töten pfff spielverderber dupdudududududududu nein nein wir wollen natürlich nicht getötet werden also fahren wir jetzt mal mit dem niff nach unten falls sie nicht hinter irgendwas ist sehr schön weiter mit der Pistole leider ist die Muniziner für immer so schnell weg zerstöre die Überwachung zu ja super steine ich wieder zu nah dran und habe die Explosion abgekriegt das ist doch unglaublich hallo 16 Punkte super 16, 17 was habe ich davon die Dinger fliegen da rum und überwachen halt und ich bin ein Arschloch und schieße sie jetzt ab oder was keine Ahnung ich habe Spaß daran armen, wer so Dinge kaputt zu machen oder völlig wütend in der Gegend rum zu ballern ohne irgendetwas zu treffen das mag ich auch gerne ja 28 Punkte ist das gut, ist das schlecht keine Ahnung also hier wurde mir ja im Prinzip jetzt gar nichts vorgegeben ja okay jetzt geht es also in einen Gebäudekomplex wo wir dann vier Gänge haben interessant und eine Jukebox haben die Mega Potions haben sie na jetzt kann ich eine nehmen ich habe schon wieder gut Geld das ist schön das heißt also im Prinzip habe ich meine Muniziner mein Geld nicht verschwendet indem ich die Hydra noch aufgebraucht habe was nein bin ich nicht nein bin ich nicht ach man ihr seid doch kacke ja ist in Ordnung eigentlich hatte ich gehofft dass ich dich von der Entfernung her töten kann aber naja und jetzt tue ich die ganzen Räume hier mit irgendwelchen Killerrobotern yeah oh hochgeime Dokumente wuhu an am Knie jedes Mal leicht verführerisch ist gleich nochmal einfach zurück zu gehen muss ich sagen und wahrscheinlich wenn ich das darf wenn ich das ist in Ordnung werde ich das auch machen so sehe ich nämlich gar nicht ein dass ihr euch hier wieder breit machen dürft nö einfach nö okay ach nö genau das meinte ich jetzt stehst du da ist allein schon dass der reinkommt wunderschön also der steht genau da und wird mir in die Kniescheibe schießen da brauchte ich nicht mal überlegen das war einfach nur ich da weiß man ich komm raus und kriege gleich eine abgeknallt um die Potion mal nicht zu verschwenden und dann hier nochmal die Mega Potion und dann zurückgehen in der Hoffnung dass ich auch zurückgehen kann sonst habe ich jetzt im Prinzip gerade die Mega Potion verschwendet weil ich die dann nicht mehr habe aber egal so einmal schnell zurück eine Mega Potion kaufen dann weiter in diesem Gebäudekomplex har 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 so aber meine Zeit läuft auch auch wieder aus das ist natürlich immer wieder klasse was werden wir also hier unten noch entdecken ich meine Deep Ground und attackiert mich ja hier schon sehr rapide sehr oft mit sehr viel Gewalt werden wir also einen Weg finden Deep Ground aufzuhalten oder werden wir zumindest Weiß finden oder Omega ich meine die große Frage für uns ist jetzt ich gehe offscreen nochmal zurück glaubt mir den Schaden von diesen Robotern den nehme ich nicht mit was wird uns also hier hinter erwarten wahrscheinlich noch ein Aufzug werden wir lebend bis nach unten kommen wir werden sehen bis dahin auf Wiedersehen und Tschüss Leute bis dahin